Hey guys! Hey y'all! Anyways, warte, ihr glaubt mich, wir sind ernst. Die deutschen Menschen. Vier Tage, ne? Vier. Vier, hold on. This is too much. Ich bin tot. Also. Wir sind jetzt angekommen. Unser Viertel ist richtig schön. Wir sind in Chelsea. Superschön hier. Also wirklich 10 vor 10. Irgendwie mit dem Licht struggle ich noch ein bisschen. Aber wir kommen halt noch nicht in unser Apartment rein. Deswegen gehen wir zu Essen. Vielleicht gehen wir zu Nando's. Ja, was ist Nando's? Boah, Nando's. Du, daran merkst du einfach, dass du nicht gehst. You're not from here. Wir gehen jetzt gerade zu Nando's. Weil Havi noch nicht richtig Hunger haben. Weil Havi noch nicht richtig Hunger haben. Und... Ja, wir kommen halt nicht in unser Apartment rein. Weil es... Unser Apartment ist erst ab 16 Uhr freigegeben. Weil da sind auch noch Leute drin. Wir müssen uns sauber machen. Und... Ja, das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Und... 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 Hey Leute, wir haben uns jetzt fertig gemacht. Wir sind jetzt bei Nando´s. Das ist unser Essen, die dort schon fast alles aufgegessen. Oh, yeah. Hey Leute, ich gehe jetzt einkaufen bei die anderen. Schlafen Leute. Es ist halt sehr, sehr straff, getraktet. Deswegen gehe ich jetzt essen holen. Ich seh so müde aus, Shubika. Ich lebe einfach mein Influencer-Leben. Jetzt. Life is good. Das ist jetzt unser Breakfast. Guck mal bitte, wie perfekt die sie draußen sind. Oder die Croissants. Yeah. Ich lebe. So, wassup, beautiful people. Wassup, 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 wassup. Kennst du das? Ja, ja, ich kenn. Also, wir gehen jetzt shoppen. We finally made it. Und irgendwie verwirrend. Leute, die Sonne scheint nicht rein. Ja, okay. Aber sie ist ein Celebrity. Ja. 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 Musik Wir gehen jetzt shoppen Leute, guck mal die 1 Sie sind richtig Sie sind richtig Und Leute, habt ihr euch schon erzählt? Wird ich morgen hingehen? Nein Hast du nicht erzählt? Ja, unsere Pläne sich alle dran zu ändern Ja, okay, Leute, unsere Pläne, ne? Das ist crazy Wir wollten heute wie vor raus? Ja, als Lacker auch eigentlich hauptsächlich an ihr so Das kostet bei dir noch so lange Damn Wie lange ich brauche? Crazy Leute, die sind low-key gerade Die haben so eine Koalition gegen mich gerade gemacht Weil ich so lange gebrauche, but I mean What can I do? Good things take time Zwei ich schon für mein Make-up? Damn Ja, die sind so hoch Violation, guys Die sind so hoch Hey Leute Sind die jetzt hier mit dem Kuh? Das ist richtig laut Unglaublich Wir kommen jetzt zum Bissmore, guys Wir lassen die Kuh Weil wir so gut ab und fahren Alter Ich habe gerade was gekohlt. Und wir gehen jetzt irgendwo was essen. Wir sind schon wieder bei Nandos. Es ist so working. Wieviel könnte ich mal was essen? Es ist so cool. 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 Es ist auch günstiger. Ich habe Geld gespart. Ich habe Geld gespart. Es ist so cool. Es ist so cool. Es ist so cool. Kids, what are you doing? Wait, I can put this in my YouTube video, yeah. Vlogging! Tag! So, my name is Daniel and I work with the Kids Mental Health Organisation CareerWise where we help kids struggling with mental health issues and substance abuse and many more problems. Okay, that's good. The way we help them out is we put them into these courses and workshops like event photography, e-commerce, management and many more to help them out with their career problems than their mental health. Okay. Now, me and my colleagues here, there's four of us and it's me as well, you have to rate the target of life on the coin, as the government does as the fund does. Today we've hit 350 pound fund, so we have 150 pound. Louder! 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 You still need to keep working to get 150 pound. You know, that's why I'm talking to you guys, to get 150 pound today. Nein, ihr könnt ihr so hierherziehen, weil das Ding ist, es ist... Leute, no. I'm just in love. I'm just in love. We got the groceries. Yeah. Just so happy right now. So happy. So happy. So happy. Oh. Did we... Did we leave the place like this? Also... Ähm... Wir sind jetzt am Samstag angekommen. Es ist jetzt Samstag. Und... Die anderen... Warte, ich stelle das kurz irgendwo hin. Die anderen sind jetzt, äh, gerade kurz einkaufen. Z.h. Harvey war einkaufen, aber wir sind ja Karte vergessen. Und ich habe gerade geduscht. Wir haben gerade einmal hier sauber gemacht, weil es richtig raus geht sonst. Und... Ja, heute der Plan ist, ähm, zu Chelsea spät zu gehen. Einfach holen wir uns noch Trikots. Einfach holen wir uns noch Trikots. Einfach holen wir uns noch Trikots. Weißt du? Windige Bänder. Ich will nur wissen, wo die Feiern gehen. Checkst du? Ähm... Wir sind jetzt hier. Und wir holen uns jetzt so Chelsea Trikots. Und das ist so cool. Hier sind einfach so überall so... Fotos. Von den Chelsea-Spielern. Und... Wow, das ist irgendwie... Richtig cool, okay. Äh, wir sind jetzt, äh, drei Trikots geholt. Das waren jetzt nicht die, die wir als erstes wollten, aber die sind auch cool. Und... Ja, wir sehen uns wieder beim Spiel. Ja, guck mal, was ich gemacht hab. Zeig doch mal deine... Zahnsteine. Jaaaa... Die waren echt. Das fokussiert mir nicht. Hey. Wow. So amazing. So thin. Oh my god. Oh my god. Yeah. Deep bounce. appointeein. Du kommst jetzt auf... Du siehst... Wolltest du sagen was laberst du? Nein, Leute, ich laber nicht. Nein. We don't laber. Around here we don't. Wir don't. We don't. We don't. We don't. Wir machen einfach. Stamford Witch, right? Stamford Witch, yeah? We are... Nein, chit-chat! Nein, chit-chat! Nein, lange reden! Nein, zack! One, zwei, drei! Come, sit, come, sit, come, look! Substitution for Chelsea replacing number eight, Enzo Fernandes. Also Leute, wir sind jetzt im Taxi, wir fahren jetzt zum Logo und ja Leute, wir wissen nicht, wir haben einfach die beste Person kennengelernt, einfach Karte von uns, Yemi, er hat uns das einfach geklärt, gerade, wir werden keine Kreditkarte ausbuchen, Shoutout zu Yemi, und wo kann man das Logo, wirklich, Leute, ich fände, ich will nicht, wenn man etwas will, und dann nennen wir mal so jetzt das Gehirnhoff ab. Also wir sind jetzt, das ist jetzt der letzte Tag, und wir haben einen Roll, wir fangen jetzt noch zu Franken, und ja, wir chillen jetzt erstmal, weil unser Fluggefahr war jetzt dann neun Stunden, dann ist gut. Alle müde? Ja. Juli hat halt einfach nicht geschlafen, ich und du haben eineinhalb Stunden, oder eigentlich... Haben wir eine Stunde oder eineinhalb Stunden? Ich glaube eine Stunde, aber... Eine Stunde geschlafen? Also Leute, wir sind jetzt... Oh... Ich will. Okay Leute, wir sind jetzt in so einem Breakfast-Shop. Es ist fast 3.00 Uhr. Warum soll ich mich in Englisch sprechen? Okay Leute... Aber was wird es auf YouTube sein? Ja. Oh, okay. Oh, okay. Okay Leute, wir sind jetzt in so einem Breakfast-Shop. Es ist fast 3.00 Uhr. 15.00 Uhr. 15.00 Uhr. 15.00 Uhr. Und wir essen jetzt Frühstück. Great! Also nicht das erste Mal zu dem Breakfast und Pizza. Um 7.00 Uhr. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen. Wir sind alle sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Und... Ja. Nicht wenig, ey. Es ist gerade viel zu anstrengend, die Kamera rauszuholen. Warte. Bye, bye. Hi. Also Leute, wir sind jetzt im Airport drin. Und wir müssen jetzt warten, bis wir unser Geld bekommen. Deswegen gehen wir gleich das Essen. Und ich hole noch ein paar Süßigkeiten mit. Wir sind so tot. Wirklich, wenn ihr uns sehen würdet, wir sehen aus wie Leichen einfach gerade. Wir bewegen uns wie Leichen. Alles. Es ist richtig schlimm. So müde. Das Ding ist... Guck mal, ich bin sogar ein Mensch. Ich kann nicht, äh... Ich hätte jetzt im Taxi nicht schlafen können, wenn die anderen beiden schlafen und so. Und... Alter. Aber... Ich bin einfach zwischendurch immer so eingeneckt. Wirklich in meinem Kopf so... So nach unten gefallen und dann bin ich wieder aufgewacht. Richtig schlimm. Wir werden widerlich geschlafen. So dumm. Egal. Life is good. Dann war nur noch gut. Oh hell! Oh hell! It's time to leave. Alles sad. Ich komme zurück. Ich komme zurück. Ich komme zurück, guys. Ich komme zurück. Ich komme zurück. Bye! They're crying. Like... She's so emotional. You don't get it. Like, you wouldn't get it. Ah! Ah! Haha! 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 Hahahaha! How's this mean? Hey buddy. Huh? I wanna love this chick too bad. Hey buddy. Hey buddy. Hey. Hey. Hey irgendwie. Hey! 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 Untertitelung. BR 2018